Schon unterwegs. Ne, halt, ich hatte die hier unten. Hier unten war ja auch eine, gell? Ja. Stimmt, ich hab hier ja auch noch, ähm, Steine. Die ich abbauen kann. Alles klar. So, Hack-Kibb, ich will dich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Auf euren Befehl. Sofort. So, jetzt wollte ich allerdings hier eine Holzfällerhütte, aber diesmal wirklich eine Holzfällerhütte bauen. Und daneben auch noch einen Kräutersammler hier hin. So. Da ich weiß, dass ich Kühe habe, gehen wir auch zur Milchproduktion über. Verkaufen die eigentlich irgendwas? Oh, diesmal ist der Rote Prince persönlich. Unser Gegner auch nicht Quimpsen-Suppert. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. So. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ja, darum... Darum kommen ja gleich die Kühe hoffentlich. Hier sind keine Schafe. Ja, ich wollte jetzt noch dieses Gebiet hier aufdecken, bitte. Also viel zum Einnehmen habe ich nicht. Ich habe das Kipie zum Einnehmen, da ist allerdings nicht viel. So, die Kühe wird ausgebaut, zum Glück. Hier werden noch Kühe. Und da die Steinbrüche. Hier würde ich Fisch und Eisen noch herkriegen. So, gehen wir jetzt mal die durch. Dich ausbauen. Schon unterwegs. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Oh, da sind zwei Holzfällerhütten auf einem Haufen. Äh, nicht so... Nicht so schön. Egal. Kann ich später eine von beiden einreißen. Jawohl. Welches der Dörfer wird jetzt angegriffen? Das Lagerhaus ist voll. Ja, sobald die nächste Steinbrüche kommen ist... Mein Schiff ist dem Hasens vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. So, da ist... Die Soldaten des Roten Prinzen greifen Caspuena an. Helft uns. Auf euren Befehl. Alles klar. Auf euren Befehl. Oh ja, da kommt wieder die Riesenarmee. Die ist nicht so schön. Wechselt auf die Gere... Verstanden. Unsere Truppen werden angegriffen. Strom unterwegs. Auf euren Befehl. Es gibt kein Zurück. Jawohl. Alles klar. Auf euren Befehl. Ei. Verstanden. 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 Jawohl. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ei. Ei. Alles klar. Sofort. Angriff. Angriff. So. Dann kann ich mich ja jetzt erst einmal um die Sachen hier kümmern. So. Nochmal durchgehen. Dich noch ausbauen. Dich ausbauen. Du bist ausgebaut. Dich ausbauen. Ihr seid ausgebaut. Dich ausbauen. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Das Lagerhaus ist voll. Deswegen wird das jetzt abgegradet. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So. Kann ich hier schon mal den Bau der beiden entwickeln? Nur, dass ich im Augenblick halt wirklich nicht viel tun kann. Ich habe keine Truppen. Und ich muss warten, bis Hakims Fähigkeit nachgeladen ist. So, ein Upgrade für das Gebäude. Also, ja, ich könnte Wolle kaufen. Gut. Ja, das Kloster wird angegriffen. Verstanden. Verstanden. Bei den Himmeln. Sie wagen es, unser Kloster anzugreifen. Im Namen von allem, was euch heilig ist. Helft uns! Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt euch. So. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Verstanden. Alles klar. Zum Glück regnet es gerade. Das löscht die Feuer. Verstanden. Zurückreide tun sie sich nach so einem Angriff gleich wieder zurückziehen. Dass alles wieder aufgebaut werden kann. So, wie viel Metzgerbäcker uns so haben wir? Wir werden angegriffen. Sofort. Na, lieber zurückziehen erst mal. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Ei! So, die greifen uns dann auch nicht mehr an. Gut. Wie ihr wünscht. So, dann gucken wir uns noch mal die anderen Orte an. Also, ihr habt den Ort einnehmen für die Steinbrüche und die Kühe. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. So, was gäbe es hier unten noch? Hier unten gibt es nichts. Also, das Gebiet ist da schon fast völlig wertlos. Da ist der Hafen, den können wir nicht besetzen. Also, sie sind im Gebiet hier oben. Der Rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Ja, sie werden es wahrscheinlich wie... Genau. Einfach mit Fackeln angreifen und ein bisschen Schaden anrichten und dann... wieder abhauen. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt was nützliches, außer viel. Auf euren Befehl. Also, Jagdtierchen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, hier hat der Rote Prinz noch einen Außenposten und... Sofort. Hier unten müsste er noch einen haben. Ja, die Hölzernen einzunehmen, das ist nicht so das Problem. Also, die beiden hier und den hier oben, glaube ich. Aber die Steinernen sind dann eher die Krise. Und ja, wir müssen uns dringend um mehr Klamotten kümmern. Ich werde angegriffen. Oh, wir haben hier noch Jagdwild. Sollten wir dann aber auch nutzen. Hehe. So, und jetzt, wo hatten wir zwei Holzfällerhütten nebeneinander stehen? Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Okay. Das war Hakim. Okay. Okay. Ehem. Okay.